Braun wurde mit diesem Artikel eine Endnote von 8.8 von 10 gegeben. Es ist derzeit das exklusivste in dieser Auswahl. Für diese Eigenschaften wird es sehr geschätzt. Wärmeleistung, Wasserdicht, Vielseitigkeit, Durchsichtigkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis zum Verschenken. Den Preis für diesen Artikel und weitere Informationen finden Sie über den Link am Ende der Videobeschreibung. Die Gesamtbewertung für diesen Braunartikel ist 7.6 von 10 Punkten. Es stellt sich heraus, dass es das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Seine Eigenschaften sind, für unterwegs, Wasserdicht, Preis-Leistungs-Verhältnis, Vielseitigkeit. Sie können dieses Produkt kaufen oder weitere Informationen erhalten, indem Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung klicken. Die abschließende Bewertung dieses Braunartikels ist 9 von insgesamt 10 Punkten. Es ist der Verkaufsschlager auf Online-Portalen. Hier sind seine besonderen Merkmale. Ergonomisch, leicht zu reinigen, Durchsichtigkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, Vielseitigkeit, Langlebigkeit. Wenn Sie weitere Informationen suchen und den aktuellen Preis für dieses Produkt sehen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Die Endnote für dieses Braun-Produkt ist 8.2 von 10 Punkten. Es hat sich herausgestellt, dass es unsere beste Wahl ist. Dies sind seine Stärken, leicht zu reinigen, Geräuschbegel, Preis-Leistungs-Verhältnis, Ergonomisch, Laufleistung, Langlebigkeit. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Produktlink mit weiteren Informationen und dem aktuellen Preis. Die Bewertung dieses Braun-Produktes ist 8.2 von 10. Es ist derzeit das am häufigsten verschenkte Produkt. Seine Hauptfunktionen sind, Vielseitigkeit, Durchsichtigkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, Wasserdicht, Wärmeleistung, Langlebigkeit. Am Ende der Beschreibung dieses Videos finden Sie den Link zu weiteren Informationen oder den aktuellen Preis dieses Produkts. Die Gesamtnote für diesen Braun-Artikel lautet 9 von 10 Punkten. In dieser Auswahl ist es das Beste. Die wichtigsten Merkmale sind Qualität, Haltbarkeit, leicht zu reinigen, Geräuschbegel, Preis-Leistungs-Verhältnis, Vielseitigkeit, Genauigkeit. Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Produkt wünschen oder es kaufen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung am Ende des Videos.